Du wolltest schon immer mal wissen, wohin die Outcast-Helikopter mit den geretteten Geiseln fliegen, nachdem sie aufgestiegen sind? Ich auch. Und deshalb bin ich mit einem mitgeflogen und es hat sich herausgestellt, dass die tatsächlich ins Outcast-Lager fliegen und dort aussteigen. Leider stehen die dann danach nur dumm rum und sagen nix oder so, aber sind wir mal ehrlich, wie viele Spieler würden das jemals sehen? Es wäre natürlich toll, wenn die dann überschwänglich begrüßt werden würden von ihrer Familie und keine Ahnung von den Freunden, aber ja, wie gesagt, wie viele Spieler würden das jemals sehen? Der Aufwand das zu programmieren wäre, ja, Zeitverschwendung. Gut, ich hoffe ich konnte dich etwas erhellen, du lässt mir ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich, wir sehen uns.